Oben auf dem Doisotep, dem höchsten Berg Thailands, ist eine weitere Residenz des thailändischen Königs. Natürlich sind dort auch wieder Tempel, wie es zu einem Palast des Königs gehört. Hier hält sich manchmal Königin Sirikit auf. Die Anlagen rund um den Palast oder um das Gebäude sind wunderschön gepflegt. Mit bunten Blumen und auch mit Wasserspielen. Die Wasserspiele dienen nebenbei auch als Trinkwasserversorgung des Personals oben auf dem Berg. Hier ist das Reservoir zu sehen. Überall schöne bunte Blumen. Wirklich eine Freude für die Augen. Und hier war es, wild wachsend, des Königs Rosen. Alles wunderschön gepflegt. Und meine Kinder lassen sich natürlich auch gerne in einer solch wundervollen Entwicklung fotografieren. Das ist ja kingslike, also richtig schön.